Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Kapitän-Skillungs-Video. Heute haben wir hier den Transformers Decepticon Starscream am Start. Es handelt sich um einen deutschen Flugzeugträger-Kapitän. Und dieser Kapitän hat die Basisfähigkeit Vorrücken und Zerstören. Verbessert die Reisegeschwindigkeit der Flugzeuge, was auf jeden Fall ein guter Skill ist. Durchaus auch gut geeignet als Inspiration für andere Flugzeugträger-Kapitäne anderer Nationen. Also auf jeden Fall eine brauchbare Basisfähigkeit. Und wir werden uns natürlich alle Skills genau anschauen, die wir hier haben. Und starten natürlich direkt in der ersten Reihe. Dort haben wir einmal Arbeitsreichertag verringert, die Ladezeit des Schadensbegrenzungssystems. Was natürlich ganz nett ist. In der Regel möchte man es aber vermeiden, mit dem Flugzeugträger sowieso aufgeklärt zu werden. Daher würde ich eher auf diesen Skill verzichten. Alternativ hätten wir hier noch Fliegenklatschen. Erhöht den Schaden der Flugabwehr ihres Flugzeugträgers. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall ein guter Skill ist. Gerade wenn man mit einem Flugzeugträger natürlich aufgeklärt ist, ist es meistens, weil der feindliche Flugzeugträger mit den Flugzeugen irgendwo unterwegs ist und einen aufklärt. Mit Fliegenklatschen können wir einmal die Flugabwehr besser machen und schneller die feindlichen Flugzeuge abschießen, wenn diese angreifen und dann auch schneller wieder in die Tarnung gehen. Alternativ hätten wir aber noch die Flugverbotszone. Verbessert die Leistung und Reichweite der Flugabwehr aller Schüsstypen. Das ist natürlich auch ein guter Skill. Ich persönlich finde aber Fliegenklatschen ein wenig besser und würde diesen Skill daher auch in der ersten Reihe nutzen. Und in der zweiten Reihe haben wir den Einzelfahrschein. Erhöht den Schaden der Torpedos. Was natürlich ganz nett ist, aber wir haben hier in der zweiten Reihe noch wirklich starke Alternativen. Und zwar einmal dunkle Silhouette. Verbessert die Verborgenheit ihres Flugzeugträgers. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, mit dem Flugzeugträger einen guten Tarnwert zu haben. So kann man halt auch ein bisschen aggressiver spielen, dichter an den Gegner sein und allgemein halt die Flugzeiten verkürzen. Was natürlich zu mehr Angriffen führt, was immer eine geile Sache ist. Allerdings haben wir hier auch noch den Spezial-Skill von diesem Kapitän. Und zwar beflügelte Rückkehr erhöht die Rückkehrgeschwindigkeit der Flugzeuge und die maximalen Trefferpunkte der Torpedobomber und der Sturzbomber. Das ist natürlich ein sehr, sehr starker Skill. Hier können wir natürlich einfach dafür sorgen, dass unsere Flugzeuge nach dem Angriff schneller zurückfliegen. Das hilft natürlich auch ein bisschen dabei, einfach schneller wieder aus der Flackreichweite der Gegner rauszukommen, um dadurch natürlich gegebenenfalls weniger Flugzeuge zu verlieren. Und zusätzlich haben diese Flugzeuge natürlich noch mehr Trefferpunkte, was auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache ist. Aber wenn man diesen Skill natürlich nutzt, muss man natürlich auf einen sehr, sehr guten Tarnwert verzichten. Dunkle Silhouette auf Maximalstufe bringt 12% bessere Tarnung, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Das kommt ein bisschen vom eigenen Spielstil drauf an, wenn man dort mit klarkommt, mit ein bisschen schlechteren Tarnwert. Dann sollte man diesen Skill aber auf jeden Fall mal ausprobieren. In der dritten Reihe haben wir einmal die Alarmbereitschaft aktiviert, die Warnanzeige für feindliches Langstreckenfeuer und verbessert gleichzeitig die Schiffsteuerung, was meiner Meinung nach kein guter Skill ist für einen Flugzeugträger, wie ich oben auch schon gesagt habe bei Arbeitsreichertag. Man möchte einfach vermeiden, dass man aufgeklärt wird. Und selbst wenn man diese Information und die bessere Ruderstellzeit hat, bringt es einen als Flugzeugträger meistens eher wenig. Aber wir haben alternativ einmal außer Sichtweite verbessert, die Verborgenheit und die maximalen Trefferpunkte der Spurzbomber. Das ist natürlich ein richtig stärker Skill. Gerade bei den deutschen Flugzeugträgern sind die Bomber natürlich richtig gefährlich, die AP-Bomber. Und diese möchten wir natürlich einfach besser machen, indem wir hier die Trefferpunkte erhöhen. Und das ist natürlich eine richtig geile Sache. Alternativ könnte man auch das gleiche für die Torpedos machen. Aber wie gesagt, die Trefferpunkte der Sturzbomber sind meiner Meinung nach für die Deutschen das A und O. Und in der vierten Reihe hätten wir noch die Notleistung. Erhöht die Geschwindigkeit ihrer Flugzeuge, was auf jeden Fall ganz nett ist. Allerdings haben wir hier eine Alternative, die doch sehr, sehr wichtig ist. Gerade weil wir oben nicht dunkle Silhouette genommen haben. Und zwar den prüfenden Blick verbessert die Tarnung des Schiffes. Wir möchten natürlich hier einen guten Tarnwert erreichen, auch ohne diesen Skill. Deshalb nehmen wir hier auf jeden Fall in der vierten Reihe prüfender Blick. Und dann kommen wir zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal vollständig verpackt, fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu. Und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Das ist natürlich auf jeden Fall auch ein stärker Skill. Gerade für die Flugzeugträger auf den höheren Stufen, wo die Flugzeuge natürlich mehrere Verbrauchsmaterialien haben. Dort kriegt man dann eine weitere Aufladung dazu, was natürlich sehr, sehr stark ist. Auf den unteren Stufen würde ich eher den Korkenzieher nutzen. Erhöht die Durchschlagskraft der AP-Granaten und Bomben. Verringert eingehende Schäden am Flugzeugträger, während dieser sich in der Nähe eines Verbündeten befindet. Diesen Skill würde ich wie gesagt auf Stufe 3 auf jeden Fall nutzen. Und bei Stufe 5 Flugzeugträgern würde ich 50-50 zwischen beiden Skills entscheiden. Je nachdem, was euch dort besser gefällt. Und dann kommen wir schon zu den Inspirationen. Dort nutze ich ARP Iona reduziert die Wartungszeit für Flugzeuge, was auf jeden Fall eine sehr starke Inspiration ist. Da haben wir einfach weitere Flugzeuge in der Runde zur Verfügung. Wenn man einige verloren hat, kann man diese natürlich schneller wiederherstellen. Was natürlich dazu führt, dass man häufiger angreifen kann, was auf jeden Fall eine sehr geile Sache ist. Und als zweites nutze ich den Jersey Swirsky, um nochmal die Tarnung des Flugzeugträgers zu verbessern, weil wir ja die dunkle Silhouette nicht gewählt haben. Das wären auf jeden Fall meine zwei Inspirationen. Aber es würde auch noch ein paar Alternativen geben. Zum Beispiel der Reisotanaka, wenn ihr doch ein wenig euren Torpedoschaden nach oben pushen wollt. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Oder der amerikanische Flugzeugträgerkapitän, welcher nochmal die Feuerreichweite eurer Flagggeschütze erhöhen kann. Oder auch der japanische Kapitän Tamaun Yamaguchi, welcher nochmal den Schaden eurer Flugabwehr verbessern kann. So Leute, das soll es auch soweit mit der Kapitänskillung vom Starscream gewesen sein. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.